Hallo, hier ist die Annabelle aus Frankreich. Willkommen in einem neuen Video von mir. Ihr habt es in meinem Vorstellungsvideo erfahren. Ich arbeite als freiberufliche Übersetzerin, also daheim. Das hat viele Vorteile. Unter anderem, dass ich den ganzen Tag nur in Hausschuhe rumlaufe. Doch, es ist ein Vorteil. Also werde ich euch meine Lieblingshausschuhe aus Frankreich vorstellen. Das klingt schon komisch, aber ich denke, es wird euch gefallen. Also meine Hausschuhe bestelle ich bei Collegiens. Das ist ein Internet-Shop aus Frankreich. Die Seite sieht so aus. Ich denke, so ist das besser. Also das ist die Seite von Collegiens. Das ist die französische Version. Es gibt eine deutsche Version. Da sieht man alle Modelle, die es gibt. Und wie immer trage ich meine Collegiens. Also die sind jetzt ziemlich alt. Die habe ich jetzt schon seit ca. einem Jahr. Die sind schon hundertmal in der Maschine gegangen. Also und sind auch ganz schön fit. Was sehr schön an diesen Hausschuhen ist, ist, dass sie ganz flexibel sind. Es sind eigentlich Socken mit einer Gummisohle. Also die sind jetzt ein bisschen schmutzig, denn ich war im Garten damit. Ich gehe immer rein und raus. Das ist eigentlich kein Problem mit diesen Hausschuhen. Aber ich werde euch meine ganz neue Bestellung zeigen. Die kam vor ein paar Tage an. Es ist immer ein schönes Gärtchen dabei. Und das ist ganz schön verpackt. Das sind die Hausschuhe für meinen kleinen William. Das ist das Mini-Modell. Da sind kleine Matrosen drauf. Die sind so süß. Also es ist ganz elastisch. Eigentlich wirklich wie Socken. Ganz flexibel. Die Gummisohle hat kleine Löcher. Das ist gut, denn dann weiß man nicht so viel. Und auf jeden Fall, wenn es der Fall wäre, geht es schnell in der Waschmaschine. Also die ganz Kleinen für meinen Kleinen sind Matrosen. Und jetzt kommen meine Hausschuhe. Mit einem Anker drauf. Die sind super schön. Was auch gut ist, ist die Innensohle. Die kann man immer rausholen. Und im Winter gibt es auch die Möglichkeit, eine Sohle aus Wolle zu bestellen. Also das ist Magnifique. Trèscho. Ganz schön warm. Und bei Collegia kann man auch ganz schöne Socken bestellen. Die sind ziemlich retro, wie man bei uns sagt. Der Vintage. Die sind so aus. Die sind immer ganz schön präsentiert. Die sind so mit Rippen. Also wie unsere Omas, die die Socken hatten. Also mit viel schöneren Farben. Also ich mag gelb. Und bei Collegia gibt es immer eine Überraschung. Süßigkeiten. Wir sind ja alle große Kinder. Und ich freue mich ja immer über Süßigkeiten. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss. A bientôt. Tschüss.